herzlich willkommen zu einem weiteren video heute zeige ich dir in diesem video wie du dein trading view richtig einrichten kannst und da ist es an allererster stelle wichtig dass du mit einem rechtsklick auf deinen ja auf deinen chart deine einstellung quasi einstellen kannst er kannst du dem symbol also deinem deinen kerzen deine farbe verändern zum beispiel dem körper ja einen roten körper zu vergeben beziehungsweise einem blauen und so weiter und sofort die linke seite ist dafür für die ganzen bei kerzen für die kaufskerzen die die bewegung nach oben anzeigen und die rechte seite ist für alle cell kerzen beziehungsweise die kerzen die oder nach unten gehen ganz wichtig da kannst du dich hier definitiv durch einige werte durchklicken kannst hier definitiv zum beispiel ein wasserzeichen machen wenn du es brauchst kannst es auslassen also du kannst dir den farbverlauf hier einstellen wie du den haben möchtest auf eine gelbe farbe haben möchtest das heißt spiel hier gerne selber ein bisschen rum und richtig dir den trading view so vom optischen ein wie das dir gefällt das sollte auf jeden fall am besten ein neutraler blick drauf sein dass du irgendwie nicht emotional davon ja beeinträchtigt sein solltest zum allerwichtigsten kommen wir aber einfach mal dass du hier oben auf jeden fall eine zeitspanne findest bei dir werden sicherlich nicht all diese time frames hier stehen dafür klickst du einfach auf dieses jorda menü auf diesem pfeil und dann kannst du alle time frames die du benötigen kannst mit einem stern markieren ich kann ja grundlegend raten je nach strategie einfach mal dieselben zu markieren die ich hier gerade habe fünf minuten 15 30 eine stunde zwei stunden vier stunden zwölf stunden ein tag drei tage eine woche und einen monat das sind eigentlich in der regel alle die du gebrauchen könntest ja vielleicht kommen da noch ein zwei weitere dazu das kommt definitiv auf deine strategie dann aber an schau dass auf jeden fall wieder ein educator das ganze macht auf einem weiteren blick sehen wir hier auch die indikatoren hier kannst du alle deine indikatoren hinzufügen die deinen ja educator benutzt als kurzes beispiel wenn du bei anthony paris zum beispiel sein solltest kann sich zum beispiel 50 eingeben und dann hast du hier zum beispiel im a also ein ja ex potential moving average und kannst ihn hier zum beispiel über deine einstellung einstellen ja welche farbe welche moving average haben soll du kannst gewisse sachen an und ausstellen das wird ja aber jeweils ein educator erklären wie er das ganze handhabt auf jeden fall hier mit einem klick auf dieses x kannst du das ganze auch wieder entfernen jetzt kommen wir auch zu einem wichtigen teil und zwar hier auf der rechten seite deine watchlist bei dir wird das sehr wahrscheinlich irgendwie so oder so ähnlich aussehen und das müssen wir einfach von vorne einmal komplett weg machen und das machst du ganz einfach mit diesem x hier bei diesem symbol einfach mal alle symbole weg zu klicken und dann kannst du dir hier je nach ob du jetzt die free version oder ein premium eine premium aber nur bei trading wie du hast kannst du dir hier entsprechend mehrere listen erstellen das kannst du neben du hier auf neue liste erstellen drückst ich habe jetzt eine test liste zum beispiel erstellt und dann kannst du hier über dieses plus zeichen alle deine währungspaare deine deine kryptos oder deine indices zum beispiel hinzufügen welche du hinzufügen solltest zum beispiel bei den forex paaren ja das wäre zum beispiel als kurzes beispiel der euro us dollar und da fällt jetzt zum beispiel auf dass wirklich sehr 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 viele euro us dollar paare aufplotten und da ist wichtig dass du den broker beziehungsweise hier bei diesem symbol fxcm dass du darauf achtest und hier auf das plus hinzufügst und dann wird das ganze schon hinzugefügt das solltest du bei jedem währungspaar welches du hinzufügst darauf achten dass es wirklich dieses fxcm ist ich mache das mal mit dem gbp usd oder zum beispiel bei dem euro jpy ja einfach darauf achten dass du das fxcm definitiv hinzufügst welche ganze währungspaare du hinzufügen solltest kannst du definitiv einfach mal hier in der liste sehen von oben bis unten ist jetzt einfach mal ganz langsam runter und du kannst das step by step das video einfach pausieren und für dich alle hinzufügen ja selbes gilt natürlich auch für indices ja man kann natürlich gold silber und alles mögliche hinzufügen je nachdem was du alles tradest achte darauf dass du hier den richtigen broker hast bei gold würde ich tatsächlich auf dem broker oder raten weil es den anderen hier gar nicht gibt beziehungsweise bei indices generell genau das ist eigentlich relativ alles erklärt zu zu trading view grundsätzliche übersicht ist dass du hier auch ja so farben nehmen kannst deine deine charts markieren kannst wo du vielleicht irgendwas eingezeichnet hast bei der free version hast du die rote farbe dazu ab der premium version kannst du auch alle farben quasi hinzufügen und dir deinen trading video so strukturieren wie du das ganze haben möchtest wichtig ist aber dass du dir einfach alle forex währungspaare einfach einrichtet damit du weißt wie du mit dem ganzen umzugehen das befragen wenn du melde dich auf jeden fall eine upline und mit diesem sinne sollte das abgeschlossen sein und bis zum nächsten video